3 4 4 Hey Leute willkommen zu meinem nächsten Video heute wurde Anshadow 3 offiziell angekündigt ja die Macher sind wie im ersten und zweiten Teil auch schon Naughty Dogs und zwar wird der offizielle Titel jetzt sein Twigs Deception was grob übersetzt so viel heißt wie Twigs Betrug das erste Material zu Anshadow 3 wird dann morgen am 11. Dezember veröffentlicht heute wurde auch schon ein Teaser veröffentlicht der aber nur nochmal bestätigen sollte dass es jetzt offiziell ist dass der dritte Teil veröffentlicht wird ja Twigs Reception wird er heißen und die große Frage war ja jetzt schon mehrere Monate lang wo denn der neue Teil der Erfolgsserie angesiedelt sein wird darauf hatten die Entwickler heute dann auch schon eine Antwort und zwar verschlägt es Twig in diesem Abenteuer anscheinend in die Wüste ja Naughty Dog verrät dann hat dann auch verraten dass das dass sie nach etwas gesucht haben was sie technisch wie künstlerisch fordert und ja dass die Wüste etwas Neues ist und dass sie sich ja angesprochen fühlten und dann halt mal was Neues machen wollten und mit der Wüste haben sie das halt dann gefunden ja ich werde euch jetzt mal den Teaser einblenden und danach dann nochmal was zum Spiel zur Veröffentlichung sagen All men dream but not equally ja so viel zum Teaser ja das ganze soll einen Online Modus wieder mit sich bringen und eventuell auch einen Koop Modus ja das Spiel soll 3D unterstützend sein und wird wieder Playstation 3 exklusiv erscheinen ja zum Release hat der Entwickler noch nichts genaues bekannt gegeben er hat nur gesagt dass das halt 2011 auf den Markt kommen soll die Story soll noch einmal verbessert worden sein es soll einen kooperativen Mehrspieler Modus haben und die Grafik beziehungsweise die Effekte von Sand, Feuer, Rauch und Wasser sollen noch mal verbessert worden sein das war ja auch schon im ersten und zweiten Teil einfach wirklich schon richtig hohes Niveau was Naughty Dog da an den Tag gelegt hat und ja wir können alle gespannt darauf sein wie das Spiel letzten Endes wird und bis dahin abwarten und gegebenenfalls werde ich dann auch nochmal ein Video zu Uncharted 3 machen wenn es weitere Informationen dazu gibt ja soviel zu Uncharted 3 bis zu meinem nächsten Video dann haut rein euer Happy Gamma 5 euer Happy Gamma 5 auf und auf